Hi, in dem Video werde ich bei einem Kunden sein, wo es darum geht, einen Zwischenzähler nachzurüsten für Obergeschoss, alles was in dem Abteil passiert. Normalerweise ist es ja immer so, wenn man jetzt neu baut und dann die Zählerstände von der einen Familie und das andere, also oder Abteil, anschauen möchte, dann geht man ja vom unteren linken Anschlussraum, direkt zweigt man sich ab, einmal für den ersten Zähler, L1, L2, L3 und N, und dann von dem Anschlussraum, wo der SLS-Schalter ist, geht man nochmal separat auf den zweiten Zähler und dann werden die auch separat für sich quasi gezählt, alles was dahinter passiert, aber bei Nachrüstungsdingern, wie bei ihm jetzt beispielsweise, ist es so, dass es einen Hauptzähler gibt, das ist auch alles verblombt und so weiter und zum Nachrüsten, dann haben wir auf der rechten Seite nochmal eine Dreipunktmontage gehabt, wo wir einen Drehstromzähler eingebaut haben, aber der Drehstromzähler, also das Ding ist da, der Hauptzähler zählt halt komplett alles und der Zwischenzähler zählt nur das, was abgeht, nach oben hin, werdet ihr im Video sehen und dann hatte ich mich gewundert, weil der FI-Schalter wegen Carport ausfiel und ist aber so, dass der LS-Schalter für Carport von vornherein unten gewesen ist, das ist auch alles Altbau und so weiter, sieht man noch im Sicherungskasten, dass L1, L2 und L3 untereinander gemacht wurde, mit einphasigen Phasenschienen auf allen LS-Schalter, seht ihr im Video auf jeden Fall und im Carport sind ein paar Sachen, da ist nicht alles nach DIN VDE 0100-600 und was weiß ich, was da alles nicht gibt, sondern kann sein, dass eine Abzweigdose abgerissen ist und deswegen da irgendwas ist, dass der Fehlerstromschutzschalter fliegt, aber der meinte am Ende auf jeden Fall, dass ich mich darum an dem Tag nicht kümmern müsste, können wir so lassen, Hauptsache der zählt jetzt und der zählt auch alles, was oben passiert, dann viel Spaß mit dem Video, erstmal an der Stelle, genau. Hi, hier sind wir gerade in dem Obergeschoss, hier ist noch alles leer, hier ist auf jeden Fall eine alte Unterverteilung und alles was hier drüber läuft, die ganzen Leitungsschutzschalter, die sollen separat abgezählt werden mit einem Zwischenzähler, einem Drehstromzähler, wir machen das hier mal kurz auf, damit ihr wisst, wie das hier aussieht und danach gehen wir runter. Hier sieht man an der Stelle eine 5-Watrige Steigleitung, 5x10² PE, dann schwarz, braun, schwarz, L1, L2, L3 und ein blauer Neutralleiter, Neutralleiter geht hier oben auf die Klemme, Schutzleiter direkt hier drauf und L1, L2, L3 auf die ersten drei Leitungsschutzschalter und wird dann über die Phasenschiene auf alle anderen weitergebrückt. Jetzt ist es auf jeden Fall so, dass man hier theoretisch einen Drehstromzähler für die Hutschiene drauf machen könnte, hat aber keinen Platz, müsste dann eventuell hier mehrere Verbraucher auf einen Leitungsschutzschalter immer drauf machen und die haben auch meistens eine Teilungseinheit von 4,5, so wie ich das jetzt die Erfahrung gemacht habe, so einen Drehstromzähler, deswegen lassen wir das so und bauen den unten in den Sicherungskasten ein. Und hier sieht man auch, wie das schön beschriftet wurde, Herd, 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 Küche, Dunstabzugshaube, Geschirrspüler, Flur, und so weiter. So, hier haben wir jetzt unten den Sicherungskasten, da haben wir den Hauptzähler, hier haben wir nochmal Drei-Punkt-Montage für noch einen Zwischenzähler und den bauen wir auch hier ein. Hier haben wir den am Ende, L1, L2, L3, N und dann noch zum Verbraucher hin, L1, L2, L3 und N. Und genau, jetzt sehen wir auf jeden Fall an der Stelle hier rechts die schwarze Leitung, das ist die Steigleitung, die nach oben geht, die 5 Fahrträger, und die geht eben hier unten in den Sicherungskasten rein. Und hier, wenn ich das hier aufmache, dann sehen wir hier die schwarze Leitung, haben sie leider schlecht abgemantelt, beziehungsweise, ich zeige das mal kurz, hier unten an der Stelle haben wir die Steigleitung, hätte ich jetzt hier an der Stelle abgemantelt und wäre dann reingegangen und so weiter, jetzt geht der auf jeden Fall hier rechts hin, das mache ich auch eben auf, um euch da mal einen Überblick drüber zu verschaffen, weil da müssen wir auch sowieso eh nochmal ran, wie jetzt. Und dann mache ich auch gleich den Strom aus. Hier haben wir auf jeden Fall zwei Fehlerstromschutzschalter, einmal den, einmal den, ich muss gleich mal gucken, auf welchen Fehlerstromschutzschalter die Steigleitung nach oben hin läuft, weil der muss auf jeden Fall FI abgesichert sein. Oben haben wir ja keinen FI-Schalter. Das ist jetzt Altbau, deswegen haben wir hier oben L1, hier L2 und hier L3. Da haben sie einfach eine komplette Brücke jeweils immer reingesteckt und dann sieht man, hier ist die Einspeisung L1, hier ist die Einspeisung L2, hier ist die Einspeisung L3, auf dem dicken Braun immer. Und dann haben wir hier schwarz, braun, schwarz und die hier wurden abgezapft für die Steigleitung und Neutralleiter muss ich mal gucken, wo der hingeht. Auf jeden Fall werde ich mir die Steigleitung gleich einmal rausziehen. Den Strom für den Zähler werde ich mir auch von hier holen, L1, L2, L3 von den Automaten hier und dann einfach weitergehen über die Steigleitung nach oben, alles was nach dem Zähler kommt und dann haben wir quasi schon zwischengezählt, alles was nach dem, also hier haben wir auf der linken Seite einen Hauptzähler, hier wird das Komplette, was alles insgesamt verbraucht hat und hier inzwischen Zähler und dann kann man quasi zurückrechnen. Hier ist halt alles drauf, das was hier passiert und das was dann unten noch passiert und hier eben nur das was oben passiert. So möchte der Kunde das am Ende haben. So, hier ist SLS Schalter, der ist auf jeden Fall verblombt, da werden wir aber nicht ran müssen, weil wir ja nach dem FI-Schalter an sich arbeiten, bedeutet jetzt in erster Linie, ich mache hier die beiden FI-Schalter aus und dann werde ich, ah hier haben wir noch einen Hauptschalter, den kann ich auch ausmachen, dann sind wir auf jeden Fall auf der sicheren Seite, dass alles aus ist. Hier steht FI-Schutzschalter Bad plus Sauna, FI-Schutzschalter Licht, das machen wir mal eben auf. Dann prüfe ich einmal hier die komplette Spannungsfreiheit. Okay, hier auch nochmal. Und hier oben. Okay, gut. Hier sehen wir, kommen wir vom Hauptzähler mit Braun, Braun, Braun und dann hier oben auch nochmal und unten wird abgezweigt auf den FI-Schalter. Okay. Dann werde ich hier jetzt an der Stelle die Steigleitung, die wir benötigen, einmal abmachen. Und der hier genau. Das hier mache ich auch mal ab. Dann haben wir mehr Platz. Jetzt kann ich gucken, wo der blaue Neutralliter, das müsste der Neutralleiter sein, hier oben drauf. Den nehme ich mir am Ende auf den Drehstromzähler und gehe von der N-Klemme zum Drehstromzähler hin. Und ein PE ist der hier. Aber PE kann ich eigentlich drauf lassen, so wie der ist. Bloß ich mache den jetzt nochmal eben ab, damit ich mir die Leitung rausziehen kann. Danach kann man das immer noch machen. Hier werde ich mir auch gleich direkt Löcher rausbrechen, damit ich die Adern hier durchziehen kann. So, da haben wir jetzt alle Adern, die nach oben gehen. Dann mantel ich mir das einmal schön ab. Hier haben sie sich noch Strom genommen. So, dann kann der Schutzleiter erstmal wieder hoch, da wo der hingehört. Ah, jetzt verstehe ich das auch mit dem FI-Schalter. Hier haben wir eine Zuleitung vom Hauptschalter, die hier wird unten eingespeist, wird rübergebrückt auf den und oben geht dann hier L1, L2 und L3 auf L1, L2, L3 drauf und von dem FI-Schalter L1, L2, L3 hier auf L1, L2 und L3 und der Neutralleiter, wo der hierher kommt, der ist da oben drauf und vom ersten FI ist der Neutralleiter da oben auf der Klemme drauf. und deswegen, ja. Dann nehme ich mir, konfektioniere ich mir einmal hier P-Neutralleiter und Außenleiter dreimal, sodass ich mir das L1, L2 und L3 von hier am Ende rüberziehen kann. L1, L2 und L3 rüberziehen zum Drehstromzähler und dann geht es weiter hier und dann zählt er auf jeden Fall alles, was hier drüber abläuft. So, jetzt habe ich mir hier den N und die drei Außenleiter auf jeden Fall schon mal vorbereitet. Bedeutet, ich gehe hier oben jetzt von der N-Schiene führe ich mir runter zum Zähler, hier L1, L2, L3 führe ich mir hin zum Zähler, die kommen aus dem Zähler raus und dann kann ich das schon alles verkabeln. Dann schraube ich das jetzt erstmal so in der Form fest und führe mir die von rechts nach links hin. Jetzt haben wir hier den Neutralleiter und dann fehlen noch die drei Außenleiter. So, die beiden kurzen nach unten wird die hier auf Länge geschnitten, das ist der kürzeste. Der bekommt doch den kürzesten Weg. der Kürzeste und dann die Kürzeste die Kürzeste die Kürzeste so jetzt haben wir hier L1, L2, L3 und N von der Leitung die nach oben geht hier L1, L2, L3 und N von hier, der kann wieder hoch und jetzt kommt der Zähler hin und dann schließen wir das an und gucken ob es funktioniert so dann schaue ich was L1, L2 und L3 ist indem ich hier einmal messe also ich messe die erste auf Durchgang dann weiß ich wo welcher ist dann fangen wir hier einmal an mit der Zuleitung da haben wir L1 der kommt dann hier drauf und bei dem kann man nachher von der PE Reihenfolge sehen dass hier L1, L2 und dann L3 kommt so wie das hier rauskommt also hier L1 müssen die beiden schon mal zusammen das mache ich dann erstmal so dann messen wir einmal hier L2 das wäre der das wäre der Vielen Dank. Vielen Dank. Zuleitung L1 abgehend, L2 Zuleitung L2 abgehend, L3 Zuleitung L3 abgehend, Neutralleiter Zuleitung, Neutralleiter abgehend. Hier muss man sich meistens, also wenn man, wie hier beispielsweise bei dem Zähler, ist so, dass man vor dem Fi mit dem Neutralleiter abgegangen ist. Hier, weil es nur ein Zwischenzähler ist, ist das in der Regel egal, oben zählt der auf jeden Fall alles, was hin und zurück läuft, jetzt was Neutralheit angeht. Man hätte auch vor dem Fi abzweigen können, Hauptsache der hat sein N, ob das jetzt nach dem Fi oder vor dem Fi ist, spielt beim Zwischenzähler jetzt in dem Fall meiner Meinung nach keine Rolle. Jetzt nochmal die Schrauben überprüfen, alle nochmal eben anziehen. Und dann können wir auch schon zuschalten. So, ist wieder alles drin. Und jetzt schalte ich hier den Hauptschalter ein. Zack. Und jetzt sehen wir auch schon, dass der auf jeden Fall was anzeigt. 0,000 Kilowattstunden. Ne, der Fehler lag gar nicht bei mir, das Ding ist, ich habe hier noch nichts gemacht. Bloß mir ist aufgefallen, dass wenn der Leitungsschutzschalter unten ist, dann kriege ich den Fi rein, eventuell ist es so gewesen, dass da sowieso irgendein Fehler ist. Sobald ich hier zuschalte, fliegt der raus. Aber der hat ja gar nichts damit zu tun, sondern der hier und ich muss mit dem Neutralleiter abgangsseitig vom Fi draufgehen, damit oben noch der Schutz gewährleistet ist mit dem Fehlerstromschutzschalter. Deswegen ist in der Form alles richtig, ich schaue mal auf dem Video, ob der hier vorher aus gewesen ist und ich den jetzt im Nachhinein angemacht habe. Aber sonst ist alles auf jeden Fall richtig und deswegen kann das hier wieder zu. Ich mache hier nochmal alles aus, ziehe den hier nochmal kurz fest, den oberen vom Neutralleiter und lasse das in der Geschichte und sonst müsste irgendwo ein Fehler mit dem Leitungsschutzschalter sein, wo auch immer, weil alles andere funktioniert ja nur der. Dann würde ich sagen, das war es mit dem Video, bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.